Vielleicht sollte man sich, vielleicht sollte man sich manchmal einfach dazu zwingen, das zu machen, was sich richtig anfühlt und auf was man Bock hat. Das gar nicht zu hinterfragen, sondern einfach die Sachen zu packen. Einfach frei sein. Zumindest für den Moment. Das hier und jetzt zu leben und sich einfach mit sich zu beschäftigen, ist so viel mehr wert, als an das zu denken, was man erreichen will. Stress macht man sich immer selbst. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber am Ende setzen wir uns alle unter Druck und denken, Verpflichtungen zu haben oder verpflichten uns. Im Endeffekt liegt die Entscheidung immer bei uns. Viel zu oft verlieren wir dabei den Blick auf das Wesentliche, auf das Hier und Jetzt und vergessen dabei uns. Was bringen uns unsere Ziele und unser perfekt geplantes Leben, wenn wir vergessen haben, den Moment zu leben. Wenn wir uns nicht auf uns konzentriert haben und wenn wir nicht das gemacht haben, was sich einfach richtig angefühlt hat. Das war das, was wir wollen. Am Ende bleiben uns immer die Momente in Erinnerung, in denen wir befreit waren und Spaß hatten. Auch wenn wir uns zwingen müssen, einfach mal loszulassen. Manchmal müssen wir einfach das machen, was uns befreit. Für mich ist das das Radfahren. Wenn ich auf dem Rad bin, bin ich so frei wie nirgends anders.